Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, wir haben hier den Schlagfertig-Skin und den werden wir jetzt gleich mal mit ganz, ganz vielen... äh, Schlagfertig-Skin, Schlagfertig-Emote und den werden wir jetzt mit ganz, ganz vielen Skins, also genau umgekehrt, durchspielen. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, fange ich jetzt einfach mal damit an. Wir gucken jetzt mal hier. Das ist, jetzt als allererstes haben wir ja hier die Funke-Spezialistin drin. Wie sieht das Ding von der Seite aus? Gucken wir mal so. Von der Seite. Schräglage ist ganz cool. So, also, dann fangen wir einfach mal an, gucken wir mal, wie das Ding aussieht mit verschiedenen Skins. So, also dann fangen wir mal an, gucken wir mal an. Dann fangen wir mal an. So, alles Treve um, wie das Ding ausz ýS. So, wenn du jemanden wirst, noch immer. So, also, da bin ich immer versch glaze. So, nun wieder zurück. So, dann fangen wir mal an. Ja, du hin. So, jetzt d brekst, dann diese Beabei, ver brauche ich natürlich jetzt hier ne? So, dann war es halt um, dass's total. So, dann bin ich dann hier or volont paranoid? So, dann fange ich sie lange her. So, dann einmal nicht driver glaube ich, dann, außer nach unten zu müssen. damit sieht so richtig geil aus ist so ein bisschen ninja like hammer ich bin mal gespannt wann irgend so ein kung fu meister kommt und sagt hier aus dem schaulinkloster leute das unsere choreographie hier copyright claim drauf machen haben wir schon gehabt so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020